Jetzt geht's los. Weihnachten fängt Heiligabend an. Aber wie lang geht das Weihnachtsfest eigentlich? Was feiern wir? Und was tun, wenn etwas die Seele belastet? Antworten gibt's in unserem Nach-Advents-Kalender. Einfach Türchen im Internet anklicken und Video anschauen. Täglich vom 27. Dezember bis 6. Januar. Frohe Feiertage! Wir sehen uns wieder! Wir sehen uns wieder!